Musik 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 Der bist du dich mit, Bayer Schock Nee, ich konnte gar nicht beziehen Ja Marc, wir warten jetzt eigentlich nur noch auf dich, ja? Hast du es jetzt vielleicht, ich gebe jeden Tag negative Bewertungen Bei was? Bayer Schock Ja, ich hasse es Ich hasse dich auch Ich mag das nicht Es gefällt mir nicht Ich gucke die Videos trotzdem an und gebe immer einen Dislike Mit unserem eigenen Kanal Einen fetten Dislike Wer gibt einen fetten Dislike? Video- 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 Das kannst du besser Das geht doch qualitativ hochwertiger Weißt du, was ist denn los? Weibing Gaming Contra Pro Weißt du, wir sind Pro Hä, du scheiß Hälter Und du findet dann Äh, ihr seid voll kackjes Keiner mag euch Du tut doch eh nichts Niemals Keiner guckt euch Keiner guckt euch Ihr seid voll kackjes Oh ne, nicht mit dem Marco 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 Er eskaliert wieder mit seinem PC Nein, ich bin rausgetappt Jaaah Ich hab Black Screen jetzt hier Nein, die Mutter ist rausgetappt Alter, was habt ihr gemacht? Ich hab Black Screen Dein Fettchen ist rausgekommen Gg, jetzt geht gar nichts mehr Oh shit Gg Das darf nicht wahr sein Das darf nicht wahr sein Das darf nicht wahr sein Ich kann das auch dazu weisen gucken Ich kann das auch dazu weisen gucken Scheiße aufs Spiel verlassen Lad mich nochmal ein, hier jemand Alter, warum muss man nicht übereinern Du kannst auch beitreten drücken Naja, stimmt Richtig Das hab ich vergessen G to the G, verstell Genau, jaaah Also meine Maus ist zum Ultraschnell eingestellt Das ist normal Philipp, appellst du das? Bin dabei jetzt Endlich mal Ich bin das nicht Gibt's doch gar nicht Marc, wie war das eigentlich mal? Du wolltest mal ein neues Mainboard kaufen Ja, ich weiß Naaah, jetzt ist das aber warm Ich halte mich Und deine ganze Familie Hey, die hast du alleine gemacht, oder was? Ja, ja Ach, im Bus Ach, im Bus Da hab ich gar nicht reingeguckt Da wär ja auch noch einer gewesen, gell Ja, nicht Nee, Dani, ich bin der ganze Flecke rumkrankt Ich hab Flecke auch Die ganze Flecke ist er krankt Das stiftet dich noch verworben Deine Mutter stiftet verworben, Dani Deine Mutter stiftet verworben, du schmolzen Richtig Und deinen Schwestern und dein Bruder Und dein Urofen Ich hasse, ich fucking Urofen, ich hasse Dat aim aber Du bist trotzdem tot Nein, das war Ich sag ja, das war schlecht grad Nein, Dani Nein 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 Da ist er Da ist er Da kann man gar nicht hoch Das war schlimm Ja, das hab ich mir grad hoch Das war ich nicht Nee, das war die Katze Die Katze hier rumschleicht Wie ein Stückchen Kot Ja Ja Ja, Marc, weiße Dani wirkt wie ein Elefant, aber er kann schleichen wie eine Katze Was Was? Ich hab grad bei Wirkt wegen, also Aufstoßen, Wirkt So hab ich gesagt Philipp! Danke, fucking Nein Dani, viel Spaß zum Philipp Maskuline Jungs Ja, ja Der ist grad heute auf Wo? Der ist übrigens Loll Loll Habe ich grad nicht gerafft Habe ich grade nicht gerafft Ich könnte bei meinem Mikro ein bisschen lernen Loll 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 Dani, du bescheiße Der war voll rechts Der ist jetzt schon Oh Dani, fuck Der ist so rechts wie du Der ist so rechts wie du Er ist kein Team Team Damage an Oh Richtig Dani ist kein Host mehr Oh shit Marco, das war schlecht Boah wie Ah, mein Nachbar verbrennt wieder irgendwann Boah, das ist so ewig Was? Nein Du bist auf dich alleine, ey Du bist auf dich alleine, ey Du bist auf dich alleine, Michael Ich bin halt auch gar nicht mehr Loll Loll Danke, schau nicht Ja, ich weiß auch nicht Ja, rechts von dir Bistel Ja Mhm 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 Hä, dein guter Wie scheiß aim, wie scheiß aim Uhhh Uh 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 Weißt du was Leute Also in äh Zwei Stunden ist Ringe fertig gell, hier In den Fall Du, der hat sich zwei Stunden für elf Gigabyte Was hier der richtig mein Interesse Riefer Riefer Was ist das Schmuck? Das habe ich in 5 Minuten. Ja, Digga aber, ey. Für mich ist das radikale. Hast du jetzt deine 16er? Ja. Nein, ich habe 16. Die können ja nicht mehr machen, weil sonst Störsignale gibt. Ja. In der Fritzburg steht bis 3. Nein, ich habe es nicht gerade gehört. Mal, was geht bei dir? Ach, Marco ist auf dem Dach oben beim Denk. Ich bin eigentlich da! Und scheiße! Marco, du hast schon keinen killt! Streck dich mal ein bisschen an. Ich weiß, ich kenne die Map nicht mehr. Ach, da geht es lang. Ja, ich kenne die Map aber auch keinen Stuss, Alter. Jungs, ich hoffe, ihr nehmt das gerade nicht auf. Doch, wir nehmen das auf. Beste! Die Überrunde, Junge. Die Überrunde. Ja, ja, schön ist, gell. Ich glaube, der hat eine Vorräte. Nee, das ist falsch. Nein! Bin ich runtergefallen. Nein, leider niemals. Nein, leider niemals. Das darf doch nicht wahr sein. Darf ich heute noch irgendeinen sehen? Hä? 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 Hä, das hast du? Der Avo? Wie wirst du eigentlich auch mal mit Loиру aufnehmen weiß, sonst steht keines? Scheiß auf Eloh! Junge! Brônする, 5 Jahre. Mach mal einfach ein Silber 3! hostvorteil hostvorteil dann ist ein camper ok 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 schön dazu dass du da die 5 1 steht oder so ich bin vom luftstoß nicht gestorben weißt du wie es läuft ne mach ich auch mal mein ventilator tötet mich hier gerade die ganze teile so krass ist das alter ich muss aufs klo ich hab immer was anfängt zu zocken musste aufs klo alter mach mal hände ich muss aufs klo der normal cut hat auch eine blase wie so ein eichhörnchen alter wie ein eichhörnchen vor allem gell für den kinder ich hab die kinder ich weiß nicht mal in dem spiel wo man sich hinlegt ich weiß gar nichts ich bin scheiße DAT DART DART NICHT WAHR SEIN DAT DART DART NICHT WAHR SEIN war ein Messer denn die ganze zeit Messer op fucking hostvorteil ja komm alter geh doch nach hause für alle ich bin einfach ich dich schneller ich spiel jetzt M4A1 ich spiel jetzt M4A1 und ich wollte auf B drück nicht voll Pfosten du Fall ich glaube nicht achso Marco wir müssen ja noch verkündigen ja hier in unserem Video dass wir in der Gamescom auch am Start sind gell Gamescom das sag man jetzt in jedem Video also Abonnententreffen ist also Abonnententreffen ist Halle 2 hier bei also 15 Abonnenten das darf nicht wahr sein das darf nicht wahr sein das darf nicht wahr sein wie lange Rennschuh fagget mir schon hinterher und Marco ist so schlecht du bist so scheiße du bist so scheiße hat oh mein Gott war das schlecht äh auf jeden Fall ja äh soo schlecht woa mal geil du haust dir jetzt riecht die einen raus oder was ja auf jeden Fall wir sind auf der Gamescom ja alles drauf ja ja alles drauf äh unserer Catboy übrigens an unsere richtig coole T shirts neeeeeeeein ich hab so unsere selbst gebastelten QR-Cock genau dieses Video wenn ihr das hier seht Nee, da müssen wir ein anderes drauf nehmen, wo wir in der Richtung die Games kommen. Die sind beide bei A, Mauke, die sind beide bei A. Wir blenden den ein, Mauke, oder? Auf jeden Fall. Nee, das ist dann unser Kanal-Trailer. Dann stellen wir dann rein, wo wir über die Games kommen reden, ihr Fickers. Ihr Ficker? Verraten. Ich verrate hier gerade alles. Unsere Gänze ist ja eine Strategie. Wenn ich würde... Auch eine Strategie, Alter! Mach was, kennst du noch ein bisschen, Alter? Nee. Haben wir da jetzt auch eine Strategie, oder was? Also, kurze Frage. Wenn du, Spacko, der das Video gerade anguckt. Also, niemand. Niemand. Geradet. Also, und das Video hier anguckt. Verstanden. Ich denke, das ist jetzt so ein Puff-Toma-Loser. Auf jeden Fall, wenn ihr das ice-Gent habt, an so einen guten Pepper in der Laterne, oder sonst irgendwo in Göln. Wisst ihr, was ihr macht? Wir verteilen Pepper. Wir verteilen Pepper. Wer druckt euch eigentlich? Ich hab meinen Fahrer, ne, gefragt. Ja, und wenn du das gerade eigentlich hast, den guten QR-Code. Ja, ich über nen Google. Alter. Niki, du hast dein einzig schön Vater von uns, der im Stande ist, so was zu tun. Und du musst zum Fall dir zu fragen. Bitte benimmt sich, Marco redet gerade. Du hast ihn verbrochen. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was ich rede. Ich rede hier nur Scheiße praktisch wie immer. Hallo? Sprüches, wie seht ihr denn? Was geht bei euch? Ne, wie nennt man das? Wie nennt man das, wenn man ein Scheichel aber macht? Marco, die Bombe lag da. Ja, aber sag's keinem. Achso, wir mussten die Bombe holen. Ja, Philipp, kannst du mal deinen Vater fragen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn ihr das Eis getan habt, das ist ja das Video. Gebt den Daumen nach oben. Dann abonniert uns, teilt uns. Okay. Holt durch mal. Wir sind eh die geilen Schnittchen. Abonnieren, favorisieren. Auf Facebook, auf Instagram, überall könnt ihr es teilen. Ist uns völlig scheißegal. Wir sind nicht klinggeil. Zu 10.000 Klicks sind 10.000 Klicks ganz schön geil. Nein, wir nehmen auch nicht wie Marcel irgendwie einen klickgeilen Titel. Oder... Nein. Boah. Machen wir nie. Philipp, du hast doch immer die Tusten mit den Riesen-Titeln. Ist grad nicht passiert. Philipp, du hast doch immer die Tusten mit den Riesen-Titeln. Pack das mal ein Thumbnail. Wenn man den Schweinscheid macht. Was hat Philipp? Leute, das ist alles in der Aufnahme drin, ey. Es ist geil. Es sagt mir doch grad aus denen Leute, die das niemals angucken werdet. Hallo. Philipp hat Riesen-Titeln. Philipp, bei unseren zwei Aufrufen, die wir selber sind, wird das nicht das Problem sein, ja? Ja, also... Wundert euch dann über das Spendel-Mikro. Das wird besser. Das... Nein! Boah, ich hab gar nicht wirklich die Scheiße hier umzunehmen. Äh... Also, ich fick Riesen auf jeden Fall mal auf dem dricks Kanal. Hallo Mauke, was laberst du eigentlich die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Man merkt übrigens schon, meinem Läddek schwitzt mir das den Schwab. Wir haben im Läddek schwitzt. Wir haben im Läddek schwitzt. Nur mal so nebenbei, gell? Ab und... Z steht für Mikroqualität. Hahahaha Ab und zu geht mir der Rentner. Aber wir haben noch so viel Sack, dass ich auch versuch, ein bisschen Hochdeutsch zu reden. Hochdeutsch zu reden? Das ist am Ende dann noch schlimmer, weil... Es hört sich noch schlimmer an, wie wenn man gleich Schwäbisch schwätzt, gell? Schwäbisch ist einfach am besten, ihr Siggi. Hahahaha Alter So, gleich 2d Abos Von 2012 Oh shit, man Von den guten Sachsen Von den guten Sachsen Ja, ihr Ossis, ihr Rixer Alter Was? Das Camper Hä, ich hab Bomben plantet Ich weiße, wie läuft ich Ich glaube, er kommt von dritten und haben... Aber ich kenn das grad überhaupt nicht Ja, mein kleiner Lied im Warframe ist auch ein... Der kommt aus Dresden Oh, der ist weg Aus Dresden! Aus Dresden ist weg Ja, nie! Ja, nö! Alles Scheiße hier! Wir haben nur Nutoka, es taugt mal wieder gar nichts Oh Gott! Nutoka ist doch glaubst du ne... Aldi-Marke, oder? Ich bin scheiße Das ist doch so Nutella-Verarsche, oder? Ja, genau Ja, net verarsche, sondern halt den Nerf Also... Ja, der Themawechsel war schon wieder grandios Von Ossis auf Nutella Von den Gamescom Von den Gamescom zu den Ossis zu Nutella Das können nicht nur die wahre Profis Also... Videotitel wird auf jeden Fall Gamescom und dann so ein Folgestrich Nutella Natürlich... Von Gamescom bis zu Nutella Von Gamescom bis zu Nutella Ähm... Zu Nutella fällt mir grad noch was anderes ein Und zwar geht's das so... Nicht okay Oh Gott! Ja, wenn du da... Wenn du da weiter gehst Hallo! Ja, ja! Hallo! Und zwar geht's das so'n... Nein! Oh Gott! Oh Gott! Und zwar hat er ungefähr... Hä? Das war doch also auch nicht Ach, wow! Man plus 15... Freut mich drauf! Äh... Und zwar heißt das so'n Typ Und zwar heißt das so'n Typ Hä? Hä? Auf jeden Fall! Wir machen ja auch grad soviel Battlefield 4 Videos, gell? Ja! Aus dem Video und das war's uns... Aus dem war's sogar das Überrasch überhaupt! Ich hab's g'sagt, ich will mal wieder spielen, aber keiner von euch hat Bock! Ja, in der Ferie! Jetzt warte mal bis Team steht! Hä, das stimmt doch gar nicht eigentlich, hat jeder Bock! Jetzt warte mal! Warte mal! Die sind beide all... NICHT DEIN ERNST! NICHT DEIN ERNST! NICHT DEIN ERNST! Das ist jetzt NICHT DEIN ERNST! Das ist jetzt NICHT DEIN ERNI, ALTER! Ich versuch mich jetzt mal hier ein bisschen zu konzentraten! Nein! Das stimmt! Nein! Wo sind die beide? Philipp Durst, dein Satz da noch entbrochen? Äh... Nein! Und was ist überhaupt passiert? Hey, sag an! Mach den Hack aus! Mach den Hack aus! NICHT DEIN ERNST! SIE PEACH TET! HEHHHHHHHHHHHHHHHH-mö Kath Ja er tupe, Alter! Oh der ist der Name. стр... Was ich dupe, meine Skins oder nicht? Ich scamm nämlich jeden, weiss... Nie sonst ne안... Ja ich kann das nicht mehr... Ertragen! Ich wusste es! He destroying das habe bei mir. Den Kronkh fragen. Grund, wenn du das Video siehst, teilst. Natürlich, teilt es einfach alle. Steht da einfach. Noah! Du Dackel! Da startet er doch! Kill ihn doch! Mach Fischsuppe aus dem. Schafft er nicht mehr. Ach was. Ich bin geil. Bei mir der Handel zieht es gerade wie Hechtsuppe. Äh, gerade hat man meine absolut geilen Mb2-Skills gesehen und waren nie besser. Radikal, gell. Radikal, ich glaube, er hat die wenigstens was. Aber die muss immer noch aufs Klo. Radikal! Dann geh mal pissen, Junge! Ja! Ich stirb halt auch nie. Jupp, nicht die Aufwahrtnahme ist nicht wichtig. Ich geh einfach aufs Klo. Aua! Was sagt der Bauer? Der war sooo schlecht. Der war sooo geil. Sooo fucking geil. Ich weiß nicht, wie er läuft. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Der käpt er ganz hinterfutzig. Ich pumpe jetzt gleich Soundboard rein, lass mich in Mucke laufen, ok? Ohhhh! Am besten nur zu Gamer. Normal! Mensch, ja, der ist schwer da! Wie der Tat aus dem Bild stand! Auch Schma, geh mal geschützte Mucke rein und dann löff das Video. Die Ereignisse hier verschlägt sich. Ah, nö! Bestes Video überhaupt. Wenn ich schlage auf Bohnen auf. Das ist geil. Ich trinke da jetzt mal. Ich trinke da jetzt mal. Da wir noch ein bisschen Geld brauchen. Ich trinke hier gerade mein Premium Blutorangen-Saft von Nita Fit. Weißt du, wie läuft? Fruchtgehalt 5%. Und ich hab da einer. Was hab ich hier noch stand da? Und das Geist ist... Ah! Meerschwein mit Geld drin, muss Shisha mit Haft rausziehen. Mit Fruchtzeichen. Das ist halt Premium, gell? Ja, dann tue ich ein bisschen Rostensaft im Zieh. Marc, du musst F drücken. Und natürlich ein Schimpfgeuradler, schau am Start. Echt? Ja, natürlich. Erstmal Bier noch trinken. Oder was heißt das? Das könnten den Köln wahrscheinlich eh kalten. Wie ist das physikalisch gerade möglich gewesen? Ja, Schimpf. Schimpf gibt's halt nur hier. Schimpf Remingsheim. Google jetzt sofort, gell? Ja, es ist super Bier. Kannst schon nix sagen. Aber am besten ist der Ergezinger Ochse. Ergezinger Ochsebräu. Aber kann man nur an Ergezinger oder an der Aral in Ergezinger kaufen? Spaß nicht überhaupt. Am Autobahn Zubringer. Also kann man von der Autobahn Wunderfahren mal ein Rechtsbier trinken. Verstand? Gibt eigentlich auch Berliner Bier? Berliner Weiße gibt's oder was zu sagen. Das ist... Keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemals was im... in der Bierbräu. Philipp, das Dank nehme. Ich würde es lassen. Alles, oh Philipp. Ja, hier hat ja jedes 3K für eigene Bräuerei, Alter. Ja. Wieso habe ich euch keine? Auf jeden Fall. Saus und Blut. Was, Markus? Trinkt nicht mehr euer Kölsch. Holt euch Remmingser. Remmingser? Alter. Jetzt machen wir auch ein bisschen Werbung für den Yannick, gell? Den Remmingserschlutz. Also. Schimpfbrauerei. Indeks. Eure Krone ist übrigens... Hans Moldi ist nicht mal gut. Natürlich ist Schimpfgut. Nein. Eine Konfirmation von meiner Geschwister war ja in der Krone. Eure Pommes sind zum Kotze. Wirklich. Ich weiß nicht. Da ess ich doch lieber die Verratzte von meiner Geschwister. Das ist nicht dein Ernie, Alter. Das ist nicht dein Ernie. Das ist nicht dein Ernie. Dreck ich ihm fett schmecken. Wer isst da Pommes in der Krone? Da ist mir was gescheit. Marco, hinter dir. Ja, da henn ich halt Schnitzel, Pommes und Salat. Einen guten Schweinebraten. Und der ist fest. Einen besseren Schweinebraten für Schnitz war es dann. Ich echte so. Ich echte so. Von der Games kommt zu der Aussie's dünne Salat zu. Schweineschnitzel oder Schweinebraten. Marco, was war denn das? Was? Ich hab' gerade das Schweinebraten. Alter Fader. Rente einfach mal dem Ernie vorbei, Alter. Das ist nicht dein Arsch. Das ist nicht dein Arsch. Das ist nicht. Mach ein Fabian und Smoke nochmal, Alter. Ich habe ja bis jetzt noch Hoffnung können. Ich komm rein von euch. Ja, ich komm mal. Black Ops 3, aber es ist jetzt vorbei. Lade auf mich an der Wahl. Es gibt wieder Nexus-Skelette, so wie es aussieht. Wie das zum Zukunftsrotz. Das ist schon mal aus. Also, ich glaub's nicht. Ich auch nicht. Das war's mit der Beta. Das ist nicht deine Angst! Wo ist der aus? Da, wo ich verrückt bin, Mann! Guck doch mal! Da ist schon... Und du bist so sch... Alter Fader! Willst du mich ficken? Alter Marco, come on! Bitte! Bitte! Come on! Ich übrigens ein Sündung von... Marco, du schweißt 3-12! Alter! 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 Hat sie einen guten High-Five. Wenn ihr das seht... Maxi, Nino, Marco... Ich glaub, Julius heißt da einer. Ach, komm Marco, fack auf einen. Es juckt doch geil, wie die Mongos heißen! Ohne Witz! Wenn ihr das seht... Daraus ist kein Bock mehr, Mann! Ich such jetzt erstmal nur Copyright Music an, oder... ...dass sie was laufen lassen können. Naja, Fick nicht. Das Video wird hochgraden. Und zwar genau so, wie es ist. Es wird alles so, wie es ist. Mit... Mit MCS, Nuke! Oh, Philipp! Nein! Oh, Philipp, jetzt streng dich einmal! Fick nicht! Mit 3-13, Philipp! Da kommst du nicht rein! Oh, das ist ja meins! Das hat theoretisch gar nicht getroffen. Das ist dann Zeit in der... Ja, okay. Also, wir sind da ja in, äh, gell? Gott sei Dank! Gott sei Dank gibt's auch keinen Radius von der Explosion, Philipp! Nö! Das ist bloß auf dem Punkt, wo's halt aufläuft, ne? Marco, da war... Da war ein Balkongeländer im Weg, gell? Nein, Philipp! Weiß ich, wie es läuft! Jeder hasst dich! Machen wir noch... Mal! Wir sind ja in Führung! Ja, mag ich Spaß! Ich mach das mit den Samstag-Tickets bestimmt auch noch, gell? Niiiih! Ja, Niki, wie sieht's aus? Gammelschön, Röke, Samstag, dann bist du dann warte ich in Köln, oder wie? Ne, ich guck mir Köln an, einfach! Es fehlt doch grad! Nochmal zu Gamescom, wir haben so geile T-Shirts an! Iiiih, ich war da eingeschossen! Jetzt sind wir schon wieder bei den Gamescom, ich hoffe, es wird mir gleich wieder zu ne Teller an! Alter, nicht euer Ernst! Du hast doch angeschmissen, Alter! Wo ihr wollt? Ich bin scheiße! Ne, wo ihr wollt? Woher wuschest du, dass ich da direkt bin? Na, bei meinem Randzimmer zuerst spüre ich dir ein. Ah ok, ja, ja. Bei meinem Randzimmer wird der Gnörcode verzogen! Marco, Armsthaft! Was? Ich fahr gleich mit dem Fahrrad nach. Nein! Du kannst doch draufschneiden, du Hure! Erwähnt der halt erstmal meinen Wohnort! Da steht in deiner IP-Adresse drin, du Lappen! Wenn es einer rausfinden will, dann findet er es eh raus! Ja, aber du brauchst ja das allen sagen, es gibt doch dumme Leute auf der Welt! Dann, ich hasse dich! Zum Beispiel unsere Zuschauer! Ja! Es gibt doch dumme Leute, ja! Ich möchte mit dem Daniel! Marco, wie bist du da jetzt auf die Idee komme, dass da einer sitzen könnte? Was ist das denn? Wenn da einer war, ich hab noch gesehen! Wer nicht sagen, dass du Rally 5 hast? Ach, da geht ja auch nur nur! Alter, da war ich noch nie auf dem Netz! Hast du schon Rally? Hast du halt also 5 oder so? Da war ich noch nicht! Was denn? 4,6! Ne, also, was bist du denn für einen? Ich habe 4 Minus! Ah, das ist echt jetzt! Klar! Nein, du hast ihre Lage! Ich weiß genau, was ihr für einen Durchschnitt hattet! Aua, nicht Piamidus! Ich höre grad gar nichts! Achso, da fliegt direkt die ganze Zeit so ein Feindlicher hier rum! Sehr gut, Marco! Soll ich mal wieder lernen, wie man messert! Soll ich mal wieder lernen, wie man messert! Soll ich mal wieder lernen, wie man messert! Das war grad... Das war grad so ewig! Guck mal! Du bist so schlecht! Du bist scheiße! Guck mal deine... Man muss sich mal unseren Chatverlauf anhören! Du hast es erfasst! Dani geht sich eh erst mal ein Wedeln! Im Rollstuhl! Philipp, ich wedel dir gleich hart ins Gesicht! Ja, Marc! Im Rollstuhl! Ich hab Bock auf CSGO! Ich auch! Ich hab Bock auf Battlefield 4, Mann! Ich nicht! Schöne Folge! Bis zum nächsten Mal! Lass mal Battlefield 4, Mann! Ja, mach mal CSGO, oder? Ja, mach mal CSGO, oder? Philipp, wende die Leute! Alter, fickt euch alle unten! Ich dret' aus! Marco, streich mich bitte raus! Kein Bock mehr! Okay! Ich dret' aus! Ist das überhaupt nicht? Ich hab das das im Vertrag anders geregelt! Nee, du bleibst so lange geregelt! Niki, du bleibst jetzt leider noch die nächsten 5 Jahre halt! Wணstuhl! Www! Gw-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Vielen Dank.